willkommen zurück zu einem neuen let's play heute wird es ein bisschen gruselig mit dem boot sind lowbird mina und offgamer hallo zusammen im hintergrund der stille stalker schlitzer az ist auch dabei der aber nicht mitspielt der hört noch zu macht schwachsinn man könnte mich quasi als kommentator bezeichnen genau man könnte ja genau quasi wir spielen gerade was spielen wir unser ziel ist es vor mina zu flüchten denn mina ist ein kleines böses mädchen wir müssen schlüssel suchen und versuchen zu überleben denn die kurzart heißhunger auf knackige jungs wie uns ja ich würde sagen wir rennen los hier bei mir was ja ich bin ganz alleine also halber die klappe ja ja so ist die tür hier offen ach nein das ist das level 8 Uhr scheiße nicht gut ach wie hebe ich was auf scheiße ich komme hier nicht durch ich hab rechtsgeleck ich hab keinen bock ich hab keinen bock wie geht es runter komm mal mit komm wieso bin ich allein komm mit wieso bin ich allein komm komm wir verpissen uns halt meint ist es wirklich schlau zu sagen dass es da runter geht wie man hören kann es nur wird schon völlig von angst getränkt was ist denn da ein lichtlein ein lichtlein ein lichtlein oh ein priester hey wie krieg ich es nicht auf der kette mit den türen aufzumachen was ist denn da Sven wow renn 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 hinter mir hinter mir hinter mir verschwemm mir doch nicht den weg ich will doch nur spielen wie kann er rennen da kann er rennen mach die funzel aus ich sehe von der dritte überhaupt nicht so weiße punkte in der mitte ich habe auch einen weißen punkte in der mitte mach die funzel aus oh jetzt wurde ich weggeportet gott sei dank alter bestimmt hinter der ecke und frisst uns gleich hm wie geht die türen aufzumachen na 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 wir müssen wir müssen schlüssel suchen was hast du denn da in der hand oh sie kommt sie kommt sie kommt hör rein hör rein schön wie den horter filmen schön aufteilen nein 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 es war der falsche knopf also hier sind wir noch ein alter die funzel aus die funzel aus oh was ist das für ein buch in deiner hand ein was ein buch ey ich verklig mich an der mann ne boah kann ich die irgendwie auch killen nein du sollst die rückwärts gehen nicht nicht hallo ich stand grad hinter ihr alter hinter ihr hallo 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 ich komme ich komme also ich komme ich komme überhaupt nicht auf ja du brauchst ja auch einen schlüssel einige türen gehen nicht auf dafür braucht man schlüssel und die schlüssel müsst ihr suchen ähm wie öffnet man denn die türen wenn man schlüssel hat mit links oder rechts klick darauf klicken hallo hallo ich bin ich weiß nicht dass er schon wird wenn man kommt zu mir kommt zu mir kommt zurück auch macht die funzel aus ich habe die schlüssel gefunden aber wir kommen hier nicht durch kommen wo er die z du guckst zu oder robert ja man ich sehe meine leiche alter ooooh verplappert auch nicht wo wir sind alter das ist so dämlich ey sag dir doch gleich wo wir gelade hingehen es ist nicht so wundert dass ihr euch schon wieder aufteilt alter äh ja er sollte eigentlich hinter mir bleiben aber gut ja ich sehe nichts überhaupt nichts ich weiß nichts ich sehe wo wir am Anfang so das wird doch den gruselfaktor was ist denn das mal habe ich da nicht gesehen hallo wer kommt dann nicht klar da das ist nicht du sag nicht ich bin nein nein Nein, verpiss dich, verpiss dich. Ich seh gar nichts. Ich seh, es ist dunkel. Hab ich dich verflucht? Du rennst gegen eine Tür, Mann. Du rennst ab dich. Ja, ich weiß, ich seh nichts. Ich seh dich aber. Also ich seh auf meinem Rechner alles. Ich weiß nicht, was ich nicht seh. Ich seh alles. Boah, ich seh nichts, Alter. Also zumindest so viel, dass man... Du kennst doch meinen Monitor, Mann. Ja, da ist Power, Alter. Hast du Licht an, oder was? Nein. Doch, jemand hat Licht an. Im Zimmer, mein ich. Es leuchtet so schön. Lebt der Off-Gamer noch? Ja. Ja. Ich weiß doch nicht, was der macht. Der rennt immer im Kreis. Ich seh überhaupt nichts. Das ist doch schlimm. Der macht die Funzel an. Also wenn ihr mich zu lange anguckt, ne? Dann kann es sein, dass ihr verflucht werdet. Dann werdet ihr ab und zu schwarz vom Auge haben bekommen. So schön ist nicht. Ach, Regale kann man auch öffnen. Hallo. Ah! Kennst du schon mal die Religion gewandt? Tod, wenn du bist broken, ist der Leine. Ey, das war so klar, dass ich die arme Sau am Ende bin. Alter, nein. Das Beste zum Schluss. Ach, du kannst mich mal. Ich hasse kleine Mädchen. Ey, das ist uncool, die Map, wo? Da kannst du nicht wirklich viel ausweichen. Ja, der Wald ist auch nicht viel besser. Aber ihr hättet doch hochgehen können oder runter. Ja, bin ich. Auf einmal war es hinter mir. Du bist die ganze Zeit rückwärts zu mir gegangen. Hä, ehrlich? Ja. Du hast dich noch umgedreht. Ich stand vor dir. Du hast nicht gesehen. Hä, wie geht das denn? Das ist ein Zauberkrieg. Boah, fuck. Das mach nicht ich, Alter. Das mach nicht ich. Was ist denn das für ein Muster auf deiner Jacke? Also, kannst mich mal. Kannst mich mal. Ist das ein Adler? Naja. Komm, lass mich nicht drüber, Alter. Alter. Oh, jetzt hab ich mich wegteleportiert. Naja, als ob du jemals hinter mir warst jetzt. Hättest du mich schon längst zersägt hättest du. Oh, vielleicht möchte ich einfach nur ein bisschen spielen. Ja, spiel doch mit dem Anders. Ach ja, die gleiche könnt ihr looten, ne? Ach ja, können wir? Ja, könnte ich. Was ist denn da looten? Falls ihm was eingesammelt hat. Er lootet was, wo es nichts gibt. Ist das eine Lampe? Leuchte verjämft. Broken is a Marsch. Halt die Klappe! Was? Was ist denn da? Ach du Scheiße. Was denn? Ach du Kacke, Alter. Sind da Hände? Ja! Sind da so viele Hände? Sie halten dich fest, wenn du durchläust. Ach halt doch die Schüch! Durch die Hände, durch die Hände! Da waren Hände! Ich hab keine Hände gesehen. Als Verfolger, äh, wenn ihr Verfolgerperspektive habt, seht ihr das auch nicht. Ach so. Ja, seht ihr nachher auf YouTube. Ich bin zu sehr blöd, dass ich so langsam bin. Ich bin zu dämlich um. Nein, es fängt schon wieder an. Suchst du eigentlich oder rennst du nicht? Es fängt schon wieder an, Alter. Es fängt schon wieder an. Ich weiß ja gar nicht, was anfängt. Was fängt denn an? Siehst du nicht, was meine Funzel macht? Was macht die denn? Ich seh es. Oh, musst du jetzt auf Toilette? Ja, danke für diese Audio. Danke. Was soll das denn? Hast du dein Gesicht gesehen? Ich hab ein kleines dreckiges Mädchen gesehen. Hallöchen. Habst du die Vermutung, wo du hingelaufen bist? Ja, hast du. Dann komm her. Wünsch es dir nicht so laut. Ja, allein ist langweilig. Kill mich nicht drunter. Go, go, dabei. Ja, dann komm zu mir. Ja, komm zu mir. Ich seh gerade gar nichts, weil du hier wieder deine Faxen machst. Ich mache keine Faxen. Nein, ich höre dich doch immer klicken und dann wird es bei mir dunkel. Ich teleportiere mich, du Horst. Ja. Guck, guck, guck. Du wirst. Alter, war schon. Alter, jetzt ist er gefickt, Alter. Alter, ich... Alter, ich... So. Man, ich kann es töten. Das ist echt schade. Ja, du laberst doch nur. Nein, sonst hätte ich dich doch gerade getötet. Wieso kannst du nicht? Weil man braucht immer so ein bisschen. Das muss aufladen. Mach das Ding doch dicht, Alter. Oh mein Gott. Guck mal. Sie wird kommen und ich ruhe, nein. Nein, scheiß wird sie. Nein, 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 nein. Sie geht voll auf in ihrer Rolle als Monster. Das ist die einzige Chance, so in der Realität darf ich das ja nicht machen. Aber so im Spiel, da kann ich mich voll ausleben als psychopathisches Mädchen. Das spricht jetzt nicht unbedingt für deine Psyche. Ach, so denn nicht. Ich möchte doch nur ein bisschen spielen. Boah, ich hab da schon... Na ja, spielgefährten finden. Das gehört, Alter. Irgendwas hab ich da wieder gehört. Na? Na? Ist du aus deinem Bunker rausgelaufen? Ich war nie in einem Bunker drin. Ach, du warst ja die Treppe runter. Ja, ja. Achte, achte. Alter, geh doch raus. Du kommst aber auch immer zu den Leichen, ne? Boah, da war ein Lachen. Oh, bin ich in der Nähe? Ja, du bist in der Nähe. Zufrieden? Boah, er ist gefickt, Alter. Ja, ach, ja, Alter. Das sah gut aus. Boah, ich hasse es. Ich hasse es, ehrlich. Ich hasse es. Das Fluchen ist rexiv. Willst du das Monster sein? Ich will das Monster sein. Ja, das Lob wird das Monster sein. Ich will das Monster sein. Wähle gut und wähle kein Mädchen. Also, ich muss sagen, das Phantom ist scheiße. Nein, Phantom ist mega, mach Phantom. Das ist mega scheiße. Wieso? Weil du dann alle sofort plattst. Ja, man hat voll keine Scheiße. Ich hole noch kurz einen Pulli. Das ist gut. Ladies and Gentlemen, holt sich einen Pulli. Weil sowas gehört zu den Standardmaßnahmen in einer Aufnahme. Vielleicht will der Nächste noch pinkeln und der Andere einen Kaffee machen. Entscheidet euch bitte jetzt. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Ja. So ein bisschen wie im South Park. Habe ich aber schon beides vor. Sie hat alles vorbereitet. Die Windel hat sie um. Der Tropf ist angeschlossen. Ich habe hier auch eine Taschenlampe vorbereitet. Ja. Ja, wie heiße ich? Wie heiße ich? Brücken. Ja, ja. Brücken. Brücken. Wie wende ich Skills an, Alter. Was ist an? Wie wende ich Skills an? Ähm, weiß ich nicht. Versuch's mal mit Tasten. E? Ich glaube... Sei nicht so blöd, Mann. Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte ja jetzt in meiner Rolle als Kommentator gerecht werden. Aber es ist schön, wie ihr ja das macht, ein Let's Play zu machen, ohne es vorher geübt zu haben. Ja, das finde ich ja auch Killer, ne? Das macht so richtig Spaß. Das ist Blind. Blind spielen. Ja, genau. So, jetzt weiter im Text. Soll ich starten? Äh, ja. Du kannst im Spiel gleich auf deine Options gehen. Und da mal reingucken. Wir warten dann so lange und dann ist gut. So, Waiting. Ich bin schon soweit. Ich glaube, ich starte jetzt. Wait for the Roast. So, alles drin. Brennt sich jeder bewegen? Ja. Wieso gehe ich auf Option? Ja, wir sind eh hier, ne? Er ist Monster dabei. Wir müssen die Zeit nutzen. Ja, wir müssen uns erstmal finden. Ähm, ja. Ich bin hier mit The Off-Gamer unterwegs. Ja, und das Mädchen wieder alleine. Das ist immer typisch Horrorfilm. Hallo? Vielleicht dann hier wieder alleine. Ist da jemand? The Off-Gamer, wo bist du? Bleib doch, bleib doch bei mir. Bitte. Tu mir den gefallen. Oh, ne. Wir haben schon wieder dieselbe Map, ne? Das ist natürlich... Nein, nein. Das ist andere. Ist egal, dann kommen wir wenigstens ein bisschen besser zurecht. Ich hatte ja letztens richtig viele Schlüsse, als ich mit dir gespielt habe. Ja, du hattest acht. Oh ja. Und, ähm... Also... Ein guter Let's Player lässt auch das Handy an, damit die Leute ihm auf die Nerven gehen können. Okay, ist alles dicht. Lass uns mal versuchen, woanders hinzugehen. Ich sag nicht wo. Folge mir einfach, bitte. Unauffällig. Hallo, wo ist da jemand? Ja. Hallo? Also, ähm... In den Waschbecken und in den Klos können auch Schlüsse sein. Ja, ich weiß. Da hast du mich ja vorhin, ähm... sehr nett überrascht. Das muss jetzt nicht jetzt recht kommen. Hat man denn gesehen, dass ich auf dich so freudig zugelaufen bin? Ja. Man muss ja alles ins Stil nennen. Was ist denn, was das Beste ist? Was denn? Man sitzt jetzt Monster nicht, was man da muss, also. Ja, das hatte ich auch das Problem. Ja, du hattest dich sogar voll erschreckt. Ich bin down. Was? Ich bin down, Alter. Unglaublich. Nein! Ja, sehr gut. Sie hat's auch am meisten verdient. Mina, du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Ich hab sehr viele Horrorfilme geguckt. Ich weiß, wie man überleben kann. Ja, wir sind gespannt. Theoretisch. Oh Gott, bitte sagt mir nicht, dass ihr hier seid, wo ich bin. Robert, du darfst aber auch gruselige Geräusche machen. Einfach mal so ein Gruselfurz entweichen lassen oder so. Denkst du das aus? Was war das? Fuck you. Fuck you. Ja, wie du dir als Mensch reagierst. Mal gucken, was ich hier so tolles finde. Oh, das war gruselig, ja. Nee, ja, gesagt. Ganz klar. Was ist das Problem? Schnell, das ging. Ihr überhaupt irgendeine Chance, irgendwas zu finden? Nein, nun, nun. Also wir nicht mehr, du nur noch. Ja, ich hab zwei Batterien gefunden. Nein, 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 nein. Ich hasse das, Phantom. Da hat man echt keine Chance, überhaupt irgendwas zu finden, weil das sieht ein. Ja, ich hab ihn schon gehört. Ich wusste, ich bin in der Nähe, aber ich wollte unbedingt die Tür aufbekommen. Ja, und dann war es vorbei, was? Ja, dann ist er zusammengesackt wie so ein Lappen und hat gesagt, ja, die hätten mal Klitschko hier nehmen sollen als Charakter. Der würde sie umdrehen und dem Phantom erstmal eine schnallen. Ja, einen durchsichtigen Typen. Ja, Klitschko würde er schaffen. Ja, ein Geist verprügelt. Ich glaube, das Phantom hat nur einen einzigen Skill, ne? Ja, aber das Phantom ist halt OP, würde ich mal so behaupten. Ich hasse das Phantom. Das andere ist viel cooler, irgendwie. Ja, ja, mit dem anderen habe ich dich auch drei Tage gesucht. Na, ist da irgendwas? Nein! Ja, perfekt, Alter. Sehr gut. Ach, scheiße, ich bin in die falsche Tür gelaufen. Ja, gut, gut, ich spiele gerne Monster. Ja, ich auch. Wollen wir am besten machst du jetzt mal Monster mit auf deinem Zuschauer? Das muss man sehen können. Ja, ich mache jetzt. Der macht auch Phantom. Ja, sicher mit dem anderen suche ich euch fünf Jahre. Ach, nö, bitte nicht. Okay, dann mache ich den anderen, aber ich warne schon mal vor, denn, wobei, das kleine Mädchen ist auch gut, aber egal. Denn dieses Monster ist nicht so easy für mich. Und mach mal den anderen, den Raum weg, irgendwas anderes. Mach Hotel, oder nee, Hotel hatte ich auch schon. Mach mal was anderes. Ja, bitte. Also, dieses Monster mag ich persönlich nicht, weil irgendwie ist das so, man kann zwar unsichtbar durch Räume und so, aber wenn man selber unsichtbar ist, sieht man die anderen nicht und dann wird man sichtbar, dann sieht man sie, aber ach. Aber du hörst sie, glaube ich, wenn dein Bildschirm orange wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, du bist ja Farbenblind, ich hab's vergessen. Ja, ein trockenes Farbenblind. So, geht los, ne, meine Damen und Herren. Hallo, ist da jemand? Oh, wir sind drei zusammen. Yeah. So, scheiße. Welchen Web streamen jetzt? Scheiße, was ist das denn? Bitte was? Ja, es ist toll, dass mir Leute über Skype schreiben. Geil, oder? Ja. So, zur Info, zur Aufnahme-Info für die Zuschauer, die sich das hier vielleicht antun und damit krempen, den Monitor ausmachen. Ähm, wir... Ich habe Batterien gefunden. Wir sind nicht im Teamspeak, wir sind im Skype, deshalb können wir auch Leute schreiben. Ähm, Batterien. Ja, Batterien, die wirst du auch. Für was? Komme nicht damit. Alter, ich hab... Da ist er, da ist er! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Da ist er, da hat eine Bestellung gefunden. No! Nein! Ich komme! No, no, bleib! Er kann nicht lange so weit. Und ich gar nicht rörende, scheiße! Kommt her! Oh, ich glaub, er hat sich hier verwandelt. Ja, gut. Ja, das war voll fällig. Ich hatte eine Brechstange, Leute. Was? Eine Brechstange. Geht ihn looten. Also kann man das Monster doch töten? Äh, nie. Ich denke, das ist eher für die Türen oder so. Ja, die Türen haben so Holzdinger, Planken. Ach so. Und hast du gelootet? Ja, hab ich. Gut. Nein, nein, hab ich nicht. Ich hab jetzt nicht gelootet. Ich glaub, ich geh mal dorthin. Gut, gut, gut. Das war jetzt aber keine Finte, oder? Nein. Sie kann nicht Schauspiel. Scheiße, jetzt haben wir uns getrennt. Oh, du bist einfach vorgelaufen. Oder nicht? Ach, da. Wieso können wir nicht springen? Das ist so doof. Ja, eigentlich ist das, man kann hier so ziemlich wenig machen. Das ist schon klar. Wer ist die Benutzen? Und, ja. Das war's eigentlich. Zu diesem Map hatte ich noch. Nee, hier kann man nicht lang. Nein. Oh. Alarmanlage? Fernsehen. Frau, ich gucke Fernsehen. Sind wir von hier ge... Oh nein, der ist oben, er ist oben. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen. Ich hab grad was gehört. Weiß zumindest, dass du hier unten sitzt. Vielleicht auch nicht. Aber jetzt schon, da du's gesagt hast. Ja, du auch. Er ist oben. Ich hab nur gesagt, er ist oben. Es könnte auch sein, dass wir... ... etwas machen. Hinter, oder? Ich komm auch zurück. Ich seh nichts. Klotzen auf. Kann man hier auch gehen? Ich hab's versucht, aber es... ... ich auch. Äh, das ist doch voll witzend. Ja, und meine Damen und Herren, ich bin wieder beim altbekannten Problem angekommen. Sie sind zwar in der Nähe, aber... ... ähm... ... kann man oben was machen? Oben, meiner Meinung nach, solche Panik, wir sind auch besorgen, bis außer auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite wir waren. ... und vor Panik hab ich das nicht mitbekommen. Ich hör Musik. ... oh, oh. Oh, oh. ... oh, oh. Oh nein. Das hieß nicht. Du bist so hingegangen. ich bin doch immer da wo ich gerade war diese musik siehst du das nicht es ist doch jetzt war es den schwarzen zu finden in dem dunklen asylium und dann habe ich da was gesehen ob es nicht oder das was sie nun als erstes so wichtig als zweiter es muss es uns jetzt zu mir die gar nichts gesagt hey nein wie sich mein geldkontrolle an irgendwann muss doch ein schlüssel sein so waren wir nicht nein alles ist dunkel bei mir und ich hab immer so ein Pfeifen auf den Ohren hast du was damit zu tun Röckchen aber wieso bist du so still weil ich euch beobachte ich sag dir jetzt du fuchst immerlich ich sehe nur Batterien die Musik gefällt mir gar nicht ja meine Damen und Herren es kann sich hier nur noch um Stunden handeln weil dieses blöde Monster diese blöde Monster mir einfach gar nicht liegt was musst du damit machen drucken ja du hast zwei Phasen eine in der du sichtbar bist und die anderen jagen kannst und siehst und eine und eine in der du halt nicht sichtbar bist durchtüren kannst und dafür die anderen auch nicht siehst das was was nein 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 das ist hinter uns www.mauhr das ist hinter uns kom her kom her kom her kom her kom her kom her ja ich bin hier wogegen und Mio Moment ich hab keinen von euch beiden erwischt Nein Nein. Oh shit, ich dachte, ich hätte den Off-Gamer erwischt. Aber ich weiß ja, wo Nina kauert, ne? Das weißt du nicht. Hm, doch. Äh, nein. Das weißt du nicht. Nein, 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 das hat sich umgedreht, das hat sich umgedreht. Oh nein. Ich würde behaupten, er wusste es doch. Hat die aber nicht viel genutzt? Ich hab das Flüschel! Ja! Wo bist du denn jetzt? Keine Ahnung. Er ist schwingend. Ich glaub Brötchen kann kein Englisch. Vielleicht sollte man es auf Englisch verständigen. Wie so pfeift es nicht. Ich mach das nicht. Ich kann kein Englisch. Ah, Gott. Junge. Jetzt müssen wir jede Tür ausprobieren. Oh nein, es ist hier im Tor. Da ist er hinter uns, hinter uns! Nein! Hallo, es ist echt! Hinter uns! Oh, oh, steht's bin ich alleine. Oh nein, es war am Tunnel, es war am Tunnel, das Vieh. Okay, ich hab langsam verstanden, wie das hier funktioniert mit dem Gerät, denn wenn sie in der Nähe sind, färbt sich der Monitor und desto heller er wird, desto näher sind sie. So funktioniert der Gerät. So funktioniert der Gerät. Sehr gut. Ja, jetzt bleibt abzuwarten, bis ich den Skill wieder benutzen kann. Ich hab ne Brechstange, ne? Ich hab ne Brechstange, ne? Ja, komm zur Leiche. Komm zur Leiche. Komm zur Leiche. Das ist so wichtig. Was kann man denn damit machen eigentlich? Ähm, die Exit-Tür hat Planken. Also man braucht für die Tür... Oh Gott! Boah, direkt vor ihm! Direkt vor ihm! Oh, du bist ein Arsch! Wir hatten den Schlüssel! Ja, oh ne! So, das war's auch mit der Aufnahme-Session. Ich hoffe, Teil 1 hat euch gefallen. Ja, danke fürs Mitmachen an alle hier in der Lobby. Gern geschehen. Immer wieder. Danke auch an dich, Schlitzer, für deine, ähm, doch so ergebigen Kommentare. Ich ergebe mich manchmal auch so. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!